was geht ab zu einem neuen video mit dabei ist der bre und dieses video wird nicht auf meinem hauptkanal kommen sondern spaß das kommt noch mal kann ich mir schon durch mit microsoft wir sind team wir versuchen natürlich den winz und wert wie krass nicht schon wieder auf dem beruf doch ja und so wie ich uns kenne werden wir das krass nicht schaffen aber auch müssen besser mein kopf geworben muss man nicht sagen gut das war jetzt seine aussage ich dazu sagt jetzt persönlich einfach mal gar nix ja wie gesagt gestorben in mcbw so nennen diese blau rüstung jetzt an so blau rüstung bei mir ist die grün hier bei mir ist die charme das ist blau ich habe auch die fix 2 version er bei mir ist es nicht egal ich weiß wer wir sind und ich weiß das kann gut sein aber das juckt mich jetzt ja mal so über null halten was ist über null halten ich merke schon ich habe auf jeden fall echt beschissen geschlafen weil ich kann es ja mal erzählen was passiert ist ich bin halt so ich war halt am hen beziehungsweise ich habe mich halt hingelegt so gegen halb eins beziehungsweise ich habe mich so gegen ja halb zwölf ungefähr habe ich mich hingelegt auf einmal ich penne ich gucke ich beziehungsweise ich gucke das und tiktok ich habe nur so tiktok geguckt bis halb drei oder so einfach weil ich irgendwie nicht pennen konnte so auf einmal aus dem nichts ich habe ein ton ausgemacht damit ich meine mutter nicht weg und so auf einmal ich höre einfach irgendeine stimme der ich höre einfach aus dem nichts eine stimme als hätte keine ahnung irgendwer nach mir gerufen oder irgendwann mein namen gesagt ich habe auch geguckt auch niemand das war viel zu viel zu leise dass das von draußen kommen kann es war viel zu ruhig dafür das muss irgendwo entweder hier aus unserer wohnung also aus der wohnung oder generell aus dem haus ja aber ich habe seitdem habe ich mich knackst und ich habe bisschen schiss dass irgendwie jemand ist gerade seitdem ich ja wenn das deine katzen waren ja meine katzen reden ich habe nichts richtig verstanden das war einfach nur so ein leichtes flüstern oder so hätte ich sind deine katzen einfach zum schritt haben geworden das würde mich nicht wundern ich brauche hilfe ja warum brauchst du dich mit jedem direkt auf die frisse übertrieben hilfe warum du machen warum du warum lässt du dich schon wieder von lille allen seiten noch einander nehmen komm komm du gelb kommt ja nichts liegen du gelb ja komme da kommen da geben und mein leben warum ihr macht ding ihr macht bis karl liefer ja nämlich doch einfach pvp profi auch nicht nein ohne welchen nicht auf dem markt gewinnig mehr zweikämpfe als du nachdem ich noch einmal fußball zweikampf die kurs spiel der spiel ich war mein Kopf nein der spiel der fußballer schwingte vor fahrer gefangen in viel von guter ja man mag ich kann auch mal gefangen kampf ja muss man ja die gefangenen die feier wir machen wir nicht bescheid der typ ist alleine juckt nicht und dann juckt es dich nicht wenn es dich nicht juckt es dich nicht dann hat es dich noch nie gejuckt wenn es dich jucken würde juckt es ja ich habe selber mit blau ein bisschen stress hier ja ich brauche ja der typ will mich gerade auseinandernehmt er hat mich auseinandergenommen ich gehe den jetzt eben auch mein gott dieser voice crack dieser voice crack war gerade so gottlos hast du ihn gehört digga den hat man in amerika gehört hilfe hilfe blau kommt ich habe nichts ich habe keine blöcke ich kann dich hochkommen ja der ist hier nach ich gehe ihm von um er tt er ist weg irgendwie ein bisschen weg also ich hoffe ich in die welt uns geschossen und die Kurs sind die aus aber die so bis zu bis zu die so ein bisschen holz noch und der weiß kriegte ja und diese rüsten wir schon leben muss oder ein dem Tag wo er Prozent draußen war noch einmal auf einmal ich so aus dem nicht kosten muss einfach zu sehen ja so random aber ich hab nicht gekotzt bist du hast du hast du hast gott gesehen in dem moment so was will er jetzt eigentlich gegen unser bett machen das bett ist aber irgendwas eingebaut die ganze zeit also keiner kämpft und erst wieder hier ja jetzt kann er nichts mehr machen ja was bringt diese tt was bringt er diese tt das bringt ihr noch wenig ich hab ihn auseinander genommen ja ja doch stimmen doch er hat das holz weg gesprengt und dann die wollen noch so ein 31 er hat voll was mit 31 zu tun der angst noch gespielt er kommt wieder das macht so weit das macht so weit das macht so einfach hoch ich gehe einfach hoch ne ich denke mir eine goldene abhöhung so die Städte die Städte und sie um diese die Komponenten das ist bei der Komponenten verarbeitet es ist die erste Runde die wir heute spielen sie sind noch leicht nun wie ich wollte sie sich ja nur bis steht nur aber hier ist gut und kommen die kunden sind was auch sind Prozent erst mal unten können jetzt eigentlich runter springen oder das ist nicht voll das kommt aber ein bisschen in eip kommst du nicht ich bin runtergefallen es geht hier so ab weiß gut kein wunder ist der mich jetzt ist jemand bei mir ich guck gerade auch generell warum auch jemand ist laut die ganze zeit komplett low eingebaut gäbe sein bett steht doch heute geschützt hat weil er und das connect noch traurig lebt der kohle haben wir würfel gebaut jetzt ein bett eingewürfelt was ist eingewürfelt ok weiß ist auch bei den emirates wird uns einer von den der andere weise steht noch in der base drei feuerbälle ein gold mehr gold blau geht anscheinend gerade auch wieder zu den emirates wird sonst jetzt zu den nennen und so gut doch da kommt er dann und sollte lang und ich glaube er gibt es auch kosten jetzt haben wir ich glaube die wissen nicht dass ich noch lebe ob ich ansatzte sehen kannst er die europäischen um er ist so lost obwohl er enderpelle geworfen hat er ist einfach direkt ist das grau hier neben mir nein das ist nicht kaum eines weis echte spieler gehen echtes pushen ich bin dafür schon seit original 19 minuten und den server drauf obloh wurde gewascht er hat aber gut verteidigt dann gehe ich mir noch mal ein paar dias kann ich glaube ich jetzt weiß machte ich da eine der eine weiße stadt in der base muss andere bräder ich gehe deren ich gehe deren base impuls in diesen doch ähnlich dann aber doch diese bei so einer von denen geht grad der andere geht gerade auch so wie es aussieht ja der andere geht auch mit schweb angemacht die eine geht wieder zurück so wie es aussieht äh er weiß ich wohin will so dass der ja und dann muss man den blau hat noch sein bett na wo ist blau die haben alle noch die bild das ist blau sein bett Prozent Lowein geboten war haben die Prozent Lowehrte kommen die jahre also die Rüstung und die erschwert jeder lieber noch nicht lieber mache ich einmal das weg kaputt die von einem runter Prozent weiß push grad wieder blau ach so also am besten sollte ich es nicht zu glauben das ist weiß alleine aber blauer doch können die Erschutz so vorhin so was mal dann holt dann gehe ich kurz weiß auf weiß wenn die kraft tisch schätzen blau hat weiß gut geht jetzt wieder zu base hat die erst mitgenommen es weiß sein bett ist nicht so stark oder ist halt sehr viel wolle ich weiß ich was die da drunter eroppen keine ahnung was die da drunter alles haben möchtest glaub ich auch privat gar nicht wissen er ist er ist los ne er ist tot vor allen Dingen er ist tot so kommt aufsetzen sich anscheinend jetzt nicht ja auch so Ich habe eine halbe-holt-Platte, ich habe eine halbe-holt-Platte, ich habe eine halbe-holt-Platte, Das erste mal gefühlt wieder blau. zu und es ist nicht unbedingt mit die feuer wird dies ganz okay für mich wir haben wahrscheinlich so viele bettos wie es aufgenommen und alle sind gefühlt auf mich hochgegangen also du hast die hälfte nicht hochgeladen ich habe die auch alle glaube ich doch ich habe alle hochgeladen die behaupten aber pass ja wir werden direkt gejumpst höchst schnell höchst auf der fach ja fast brücher ja aber hast gesehen der tue direkt hast gesehen wie schnell er das abgebaut hat alles längst das war nicht mehr normal das gefühl das war ein hacker welche zieht von einem aber perfekt kommen mit Geld es ist schneller geholt als weiß ich nicht was der abhütte die hat er das jetzt gemacht weiß krass nicht mehr egal leute wie geht es euch so schreibt es genau an die kommens wie es euch so geht wie waren sie eure ferien also an die die ferien haben wir waren so wäre ich mit schule fangen wir es jetzt an ihr habt lang ihr habt lang des todes ihr habt jetzt aber zwei wochen ruhe und wir haben jetzt ein paar monate stress naja ich habe sogar ein bisschen noch mehr aber ich muss wieder praktikum gehen ob es doch das sind weniger stress als nicht wirklich doch nicht wenn du da bis 16 uhr sitzen musste ja von sieben woher manche muss bis 22 uhr bei mir sitzen also einmal als manche leute aus meiner klasse am praktischen macht die mussten bis 22 uhr da sein darf man eigentlich gar nicht aber halt ab einem bestimmten zeitpunkt bis zu 20 uhr wenn ich sagst du als 13 14 eigentlich nur bis 20 uhr so wollte ich was bleibt bis 20 uhr oder so glaube ich aber so weit fest die haben ab 18 uhr oder so was begonnen ab 17 uhr begonnen bis 20 uhr oder so durch das würde ich nicht nur freiwillig dann da kommt die halbe lobbies gefühlt wieder alleine die alleine auch gehen da wo man ist keine alleine doch pink das hat entscheidend die hier sind hier so kacke die gelben blöcke so gern essen wie sie nie ein bisschen aus wie gold blöcke nun mit einer schwarzen randung und hat so ein bisschen orange noch mit drin er hat diese ecken sind orange nach ich muss mal gucken die blauen blöcke mach ich sogar selber noch mal ich glaube die mache ich selber noch ein bisschen anders wer hat oder rüstungsabwehr die rüstung dazu noch ironforge ich schätze mal leute das ist die letzte runde für diese folge weil diese aufnahme geht jetzt schon 20 minuten vor Ort das heißt die eine runde ging allein schon 15 minuten ungefähr 12 uhr so das wird noch geholt so richtig begehrt der größe der größe der größe was bruder nix so werden aber noch nicht die die burscht was die burscht bitte werden noch nicht gepusht nirgendwo so ist komisch stecker vor Ort davor ist einfach so ein Rüstung beim Helm ist einfach geht es einfach da so runter der Garantik der Augen einmal nicht mehr okay dann liegt es tatsächlich an nur klein wo bei mir sieht die Rüstung so ein bisschen es hat nur braun liegt an Lina Klein aber es jungen nicht spielten und noch was ja da und schon mhhh ha 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 ne nix da doch sprachenlern äh ok WR ich kann mir schon denken soweit er zu hause war uxin bille du mag ihn so auf meine hochzeit wahrscheinlich die größte stelle seines lebens von abbaus ist Prozent von gestern aber noch mal ich habe ich ihn Prozent Prozent das macht in der Klinik sind das ist nach dem Aktien hier noch in der Klinik weil die Leitung er es machte Lacken der Klinik er regt mich nicht auf der Klinik immerher ich zeige dir was mich auf und fast noch hast noch ein Stein 9 und noch nicht zu tun das ist auch noch gestritten Aachen woher kommt ihr wer seid ihr gebrauchte Geräte auch nicht zu tun einfach rein zu werden in die Lastung oder der Geräte nicht leben der Grundsatz für jeden Fall liebt ich kann ja ich weiß das habe ich jetzt auch bekommen ja ich habe das gesagt weil ich weiß noch gestern du wusstest nicht mal dass unser bett weg war jetzt habe ich aber mitbekommen wulala bilder du hast das mitbekommen sagen wulala bilder was ich habe die kaputt ja okay dankeschön dann lässt ihr mir noch hoffentlich noch ein bisschen zeit das ist doch kommt ja okay Ich habe keine Chance, oh mein Gott. war das knapp ja wir schauen noch mal karin zu noch nicht sagen wo der typ 2 hp hatte ich habe ihn einfach nicht geholfen das soll ein eingebauten ja die kommen ja wie es und die bohren die haben clever eingebaut die haben erst holz und dann wolle gemacht ich bin mir sogar unsicher welche wertausfolge ist das ist folge 26 oder 27 eigentlich gerade ja okay die die haben gewonnen krass länder fall zu line pushen gehen sollte es irgendwann falls überhaupt mal lebst gleich feuerball wird dir nicht helfen beziehungsweise exklusiv schutzglas haben die drauf das ist doch keine schlaue idee heute das war mit diesem video ich hoffe ich habe dieses video gefallen wenn ja das gerne dieses video wir sind im moment auf dem bot 150 abonnenten ich will mich auch da noch mal kurz bedanken 136 abonnenten ich küsse eure herzen ja leute ich würde sagen hau rein bis zum nächsten mal was auch immer ich darauf ne schaut doch gerne auf bloß zocken vorbei da kommen wir jetzt auch wieder videos ja ich kann es ja sagen bei großes dammige ist kam weg ja ja ich würde sagen hau rein bis zum nächsten mal bis denn was auch immer ich dann aufnehmen und hochladen hau rein bis zum nächsten mal tschüssi ja 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 ja